Glauben von A bis Z Biblische Begriffe, einfach erklärt Von R.C. Sproul Das heutige Thema Die unmittelbare und die mittelbare allgemeine Offenbarung Als ich noch ein Junge war und meine Mutter mich aufforderte, ohne jede Verzögerung etwas zu tun, brachte sie ihre Anforderung auf den Punkt, in dem sie das Adverb sofort benutzte. Sie sagte immer, Junge, geh sofort in dein Zimmer. Sie benutzte das Wort sofort und bezog sich dabei auf ein Ereignis, das ohne jeden dazwischenliegenden Zeitabschnitt, also unmittelbar, zu geschehen hatte. In der Theologie bedeutet der Begriff unmittelbar etwas anderes. Er bedeutet, dass etwas passiert, ohne dass es irgendeiner intervenierenden Kraft eines Dings oder Mittels bedarf. Es ist eine Aktion, die ohne einen Vermittler stattfindet. In der biblischen Theologie unterscheiden wir zwischen zwei Arten von allgemeiner Offenbarung. Es ist die eine, die durch einen Mittler mitgeteilt wird, und die andere, die direkt geschieht. Wenn wir von mittelbarer, allgemeiner Offenbarung sprechen, dann beziehen wir uns auf die Offenbarung, die durch etwas vermittelt wurde. Wenn die Himmel Gott offenbaren, dann werden sie zum Medium oder zum Mittel, durch das Gott seine Herrlichkeit zur Schau stellt. In diesem Sinne ist das ganze Universum ein Medium göttlicher Offenbarung. Die Schöpfung trägt das Zeugnis ihres Schöpfers. Die Bibel sagt, dass die ganze Erde voll der Herrlichkeit Gottes ist. Leider haben wir oft keinen Blick für die Herrlichkeit, die uns umgibt. Wir neigen dazu, an der Oberfläche der Dinge zu leben. Wir verschlafen die Wunder und die Ehrfurcht, die Gott in seiner herrlichen Schöpfung bereitet hat. Wir haben abgeschaltet. Wir haben den Bezug verloren. Religiöse Gedanken sind wertlos, wenn sie nicht irgendetwas Reales ausdrücken. Die erhabene Gegenwart Gottes ist überall um uns her. Wir sind jedoch oft blind und taub dafür. Wir verstehen ihre Sprache nicht. Es erfordert mehr als innezuhalten, um den Duft der Blumen zu riechen. Die Blume enthält mehr als ein süßes Aroma oder einen Duft. Sie verströmt die Herrlichkeit ihres Schöpfers. Wir sind in Kontakt mit der göttlichen Offenbarung, wenn wir uns die Herrlichkeit Gottes in der Natur bewusst machen. Die Natur ist nicht göttlich. Aber die Herrlichkeit Gottes füllt die Natur und ist in ihr und durch sie geoffenbart. Zusätzlich zur indirekten Offenbarung seiner Herrlichkeit in der Natur offenbart sich Gott dem menschlichen Geist direkt. Diese Offenbarung wird die unmittelbare, allgemeine Offenbarung genannt. Der Apostel Paulus spricht von dem Gesetz Gottes, das in unsere Herzen geschrieben ist. Johannes Calvin sprach von einem Empfinden für das Göttliche, das Gott in jeden Menschen hineinpflanzt. Er sagte, dass der menschliche Geist durch natürlichen Instinkt eine Art Empfindung für die Gottheit besitzt, steht für uns außer allem Streit. Denn Gott selbst hat allen Menschen eine Kenntnis seiner Gottheit zu eigen gemacht. Diese Kenntnis frischt er stets auf und benetzt sie mit neuen Tröpflein. Überall zeugen die Kulturen von der Gegenwart irgendeiner Art religiöser Aktivität und bestätigen die unheilbare religiöse Natur der Menschheit. Der Mensch ist bis ins Mark religiös. Der Charakter solcher Religion mag hochgradig abgöttisch sein. Aber selbst Abgötterei und in der Tat besonders Abgötterei liefert den Beweis dieses angeborenen Wissens, das verzerrt, aber niemals ausgelöscht werden kann. Tief in unserer Seele wissen wir, dass Gott existiert und dass er uns sein Gesetz gegeben hat. Wir versuchen, dieses Wissen zu unterdrücken, um den Geboten Gottes zu entkommen. Doch wie hart wir es auch versuchen. Wir können diese innere Stimme nicht zum Schweigen bringen. Sie kann gedämpft werden, aber nicht zerstört. Fassen wir das Gesagte nun zusammen. Punkt 1 Die Herrlichkeit Gottes ist überall um uns her offenbar. Sie wird uns durch die Schöpfung Gottes vermittelt. Punkt 2 Menschliche Wesen sind von Natur aus religiös. Punkt 3 Gott pflanzt in jedes menschliche Wesen ein angeborenes Wissen seiner selbst. Das wird die unmittelbare Offenbarung genannt. Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Untertitelung. BR 2018